Grüß Gott und Herzlich Willkommen, mein Name ist Eriot, Evo Eim, ich bin Musiker in der Kammes Österreich. Leute, das Video mit Ich bin endlich schwanger ist natürlich ein Fake, ein Witz gewesen. Ja, es ist ein bisschen interessant zu sehen, wie die Leute das einfach annehmen, sobald es dasteht. Und wie die Leute reagieren und zu glauben, sie wissen alles oder jemanden sofort einzuschätzen, wenn man irgendwie ein Video sieht oder irgendwie etwas Gesprochenes hört. Dass man dann gleich glaubt, auf 100% so ist das oder man weiss überall Bescheid. Ich wollte das einfach als kleinen Gag machen, als Spass und aufgrund der ganzen Situation eben, dass ich sage, ich bin endlich schwanger und euch dann noch mit einer Geschichte sozusagen verzaubere, die was eben da einem Märchen gleicht oder irgendwelchen unrealistischen oder einer unrealistischen Begebenheit. Ja Leute, ich bin nicht schwanger, ich bin in keiner Beziehung. Trotzdem ist es schon so, dass der kleine Bub, der lauter lang ein wunderbares Kind war. Und mittlerweile ist er ein junger Jugendlicher in Samnure, was mir sehr ans Herz gewachsen ist damals und jetzt auch immer noch. Und ich hoffe, dass der lauter lang einen guten Weg gehen kann mit seiner Familie und da, wo er ist. Und dass das einfach ein entzückender, putziger Bub war. Und irgendwann, wenn es bei mir soweit ist, kann das schon kommen. Beziehungsweise, ich bin da oft für verschiedenste Situationen, für verschiedene Möglichkeiten. Und ja Leute, Kinder sind was Wunderschönes, Babys. Ich finde es wichtig auch, dass die Eltern und die Partner da gute Schritte und gute Entscheidungen machen können. Für das Kind und für sich selber auch, um den Weg gut zu gehen. Aber nochmal Leute, es war natürlich ein Fake, ein Witz, ein Gag sozusagen, dass ich eben da ein bisschen euch veräppelt habe und gesagt habe, ich bin endlich schwanger. Weil das einfach so interessant ist in den Medien, ob man geheiratet hat, wie man geheiratet hat, wann man geheiratet hat, wem man geheiratet hat, ob man schwanger ist, ob man nicht schwanger ist. Wie man schwanger ist, wie man schwanger ist, wie man schwanger wurde, wo man schwanger wurde. Also deswegen habe ich mir gedacht, ja dann mache ich halt sozusagen auch einmal so einen Gag und so einen Witz und muss das mal da sozusagen verpacken in irgendein Video mit Musik hinterlegt, mit einer verzaubernden Story. Und deswegen, also der Satz, den was ich am Ende gesagt habe, den finde ich eigentlich sehr realistisch. Und deswegen stehe ich. Das hat einmal eine Frau gesagt bei uns in Tirol. Die glaubt auch, dass sie ist die einzige schwangere Frau auf Gottes großartig der Welt, also dass sie da irgendwie wer besonderer ist. Ich meine sicher, es ist was Besonderes für jeden Einzelnen, für jede einzelne Familie. Man kann sich freuen und hin und her. Aber dass man dann glaubt, da, keine Ahnung, wie eben, dass man da irgendwie der Einzelne ist von Millionen und Milliarden Leuten, das ist natürlich ein Wunschkonzert oder eine Einbildung oder eine Naivität oder eine Illusion. Das wollte ich sagen. Und die Medien machen das bei sogenannten prominenten Leuten auch immer so groß, obwohl es nichts Großes ist. Es ist was, was für alle anderen 0815 Menschen, wie man das einteilt, oder Normalsterbenden genauso ist. Ob jetzt der Prominente schwanger ist oder diese Frau oder der Mann, Entschuldigung, oder diese Frau oder der Mann, der Kind erwartet, sagen wir mal Papa wird, von der Straße nebenan, das ist das gleiche schöne Geschenk, so wollte ich das sagen. Und deswegen, weil da immer so groß getan wird, habe ich jetzt auch mal einen kleinen Gag, einen Witz und eine Veräppelung draus gemacht. Nehmt es mir nicht übel, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Macht es gut.